hallo und willkommen zurück zu minecraft beim letzten mal haben wir hier eine kleine verlegenheits arbeit gemacht weil ich nicht mehr so recht wusste wie ich die zeit füllen soll aber das lassen wir jetzt erstmal sein und gehen wieder runter so aber da mache ich die tür zu okay jetzt geht es wieder den hafen und dazu brauche ich noch ein wenig holz da machen wir nämlich jetzt das dach und wenn wir das hinkriegen auch noch die brücke dazu und dann muss ich noch sehen wie wir das machen eichenbretter ja da haben wir noch ein bisschen was aber das ist nicht viel ja dann machen wir machen das dach doch aus stein ich glaube wir machen das mal stein aus stein stufen treppen sind ja treppen ok haben wir da noch was nein aber ich muss das wieso da kommen ja da ist noch was und da auch so erst kann hier mal weg die dürfte wir sowieso nicht brauchen dass ihr auch ok gut ums jetzt einfacher zu machen hau ich den rest hier ein dass hier das hier das auch dass wir hier die fackeln können dahin das kommt und das kommt weg ok eine neue spitzhacke müssen wir jetzt erstmal noch nicht machen ich kann aber was essen nein essen ok dann halt halt ich brauche noch glas glas da oben ja das wird wohl ein bisschen zu wenig sein nehmen wir uns noch ein bisschen mehr mit so und dann gehen wir mal los und sehen mal sehen mal was wir machen können ach da steht noch der der weihnachtsbaum naja den lassen wir noch überstehen den bauen wir irgendwann ein andermal ab so und wenn wir hier oben sind können wir uns absolut nicht so weit können wir uns auch noch ein bisschen überlegen wie wir das mit der mit der brücke machen irgendwie immer brücke an sich ist ja klar aber das soll ja nicht einfach nur so ein so ein ding darüber sein ich wollte doch laufen so ein steig sondern irgendwie was was interessant ist vielleicht müssen wir das von von diesem baum hier ausmachen ja aber da komme ich jetzt nicht hoch ja das macht nix ja ja das das sehen wir dann schon mal ok da ist ja immer noch was naja ok das lasse ich jetzt mal komm hoch so wie komme ich jetzt aufs dach mal sehen ob ich das von hier aus hinkriege der raum ist erstmal hoch genug so wie ist es jetzt da da mal naja komm rein hier dann haben wir das bett drin stehen okay das alles gut so moment erde ja da habe ich er dann baue ich mir hier mal was hin dass ich da hoch komme da so und da oben soll jetzt das dach hin ich will da glas scheiben haben da muss man sehen wie ich das hinkriege ok fangen wir mal mit den glasscheiben an wir machen die nämlich hier vorne hin so aber nur hier genau moment dann zwischen ja auch noch was so ich will bin ich runter fallen und jetzt bei euch die stufen die wollte ich aus stein machen ja da muss ich mal erde hinsetzen ok so jetzt kann ich mich darstellen und dann die stufen hinsetzen ok und dann da gleich drauf und dann hier daneben aber auf dem glas das schließt da gar nicht so wie ich das sehe ach so ja richtig das ist ja verkehrt ich muss ja so auch nicht also noch mal alles weg und ich brauche bruchstein sehe ich gerade das sind jetzt alles treppen okay dann hole ich noch mal eben bruchstein da muss ich an der seite ja noch was hin machen okay nö da ist kein bruchstein da ist kein bruchstein dann müssen wir irgendwie bruchstein herkriegen woher wenn hier keiner ist da in diesen kisten ist ja auch nichts ist da was naja dann müssen wir eben schnell was abbauen ist ja egal mal wieder voll verplant so hier weiter da haben wir kies dann mache ich mal einfach hier so ein loch rein bis wir auf stein stoßen da haben wir schon was so und du kommst auch weg hier also ein bisschen bruchstein das soll erst erstmal genügen hier ok ich glaube das reicht erst mal ne moment ich glaube wir brauchen doch ein bisschen mehr weil wir die die ganze seite noch so machen müssen kohle auch nicht verkehrt bauen wir die kohle noch ab moment hier wie viel kohle abbauen hier aber man ist das wieder viel kohle sehr schön eigentlich wollte ich ja nur bruchstein haben aber jetzt kriege auch noch eine menge kohle ja hab nichts dagegen vielleicht finden wir ja gleich noch was und wenn wir schon hier so ein loch haben dann könnten wir da drin vielleicht irgendwas machen ja ja bla 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 ich und meine pläne wieder so jetzt haben wir aber genug macht sich ganz gut dass hier so ein kleiner durchgang ist da wollten wir ja sowieso noch was machen spinne wolltest du dich mit mir anlegen ja wollte sie gut das problem haben wir auch gelöst und es wird schon wieder nacht falsch das hat er ist nach oben ok aber wir können jetzt erstmal noch aufgehen aufs dach und ich kann man die steine hier ins inventar legen so ich glaube das ist wie sehe ich das denn der helm ist kaputt naja lassen wir das erstmal mit dem helm wir wollen ja bald auf reisen gehen jetzt ist doch schon wieder nacht der mond geht auf also legen wir es auch mal eben hin noch ohne dach aber das ändert sich ja gleich jetzt bin ich aber gespannt wie das geht da muss ich über den steinen ja ich habe auch die die treppen gerade verkehrt herum hingesetzt wir werden das wir werden das gleich richtig machen so ich muss da jetzt an der seite so zack okay das reicht jetzt erstmal dann muss da noch was hin ja aber irgendwie ja moment also jetzt langsam 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 ich will nochmal glas haben ups runtergefallen so ok jetzt haben wir auch das hier dann kann ich noch mal da lang gehen und ähnlich runterfallen so ist die stufe die treppen und die muss ich jetzt da so drauf bauen ok genau so aber da muss das hier weg und das auch weil hier weitere stufen hinkommen ja das ja auch hier wo haben wir sie denn da ok so stelle ich mir das vor genau dann muss da und da ich will ja nicht runterfallen genau ok so so sieht das gut aus so stelle ich mir das vor aber das war zu viel wo haben sie da ist jetzt kompliziert irgendwie ok das aber hat geklappt und hier ja so stelle ich mir das vor so ein ja ich weiß nicht wie man dieses dach nennt mit einer zu viel ja keine ahnung aber so habe ich mir das vorgestellt das sind so sehr diese diese fabrik dächer wie man sie manchmal sieht die macht man wahrscheinlich so dass sie eine schräge haben und das wasser gut ablaufen kann das aber dennoch moment ich muss hier weiter machen und das aber dennoch das wasser abfließen kann das wasser das denn auch licht rein kann jetzt mal hier weiter so und so kommen die dann gestaffelt hintereinander genau das war zu viel und das da da muss ich da unten natürlich noch mit stein ausfüllen ok dann sehen wir uns das mal von unten an wie das aussieht da bin ich mal gespannt hier kann ich noch ein bisschen was einsammeln ok so jetzt bin ich gespannt ja sieht ein bisschen doof aus aber ja so sieht es dann immer aus ne das ist schon in ordnung ok da soll an der seite aber jetzt noch was hin mhm und da außen der äh die erdblock kann noch weg so die frage wie ich den wegkriege nö so nicht ähm ich hab ja noch erde mit genau das ähm ah mensch was hab ich denn immer im hals so das macht ja nix ich kann da mal was hin bauen na so weil ich ja auch auf die andere seite noch muss ok so und dann kann ich da an der seite noch ne das war zu viel ne und hier so zack zack und da einer und jetzt soll da hinten das gleiche nochmal hin dann brauche ich jetzt ähm glas ein bisschen was habe ich ja noch da so dahin dahin da dazwischen äh wie wird das jetzt jetzt habe ich kein glas mehr ja dann muss ich jetzt eben ähm so weitermachen erstmal was zum gehen da na komm dran bauen so jetzt muss ich mal zählen eins zwei davon ach Moment da außen da soll da sowieso kein glas hin ähm da sind wir da so eins zwei und dann muss da auch noch einer hin und oben drauf dann die treppen richtig treppen ja treppen so da ach mensch und da drauf wieder und so bauen wir das jetzt wieder rüber und dann muss hier gleich nochmal bruchstein hin eins zwei und da einer drauf das geht ja genau auf so wie es aussieht na das sollte mir recht sein also so ähm sollte das sein genau so habe ich mir das vorgestellt dann kann ich ja hier auch gleich nochmal so und einer oben drauf ok und dann hier da und da genau stufen so so und da unten hier oben und da ja jetzt muss ich mir da auch wieder so einen kerns aus erde hin bauen und die erde habe ich aber nicht ähm ich habe nur noch fünf blöcke dann kann ich jetzt die solange mal dahin machen und dann müssen wir eben noch ein bisschen erde abbauen so so das war der letzte ja mehr haben wir nicht ok holen wir noch ein bisschen erde kann man ja auch von da drüben holen und hier machen wir dann irgendwann unsere äh dings hin unsere spelunke das dauert aber noch ein bisschen ah da kann ich was abbauen da ist viel wahrscheinlich brauche ich auch gar nicht so wahnsinnig viel ok so und hier noch ein bisschen der baum darf noch stehen bleiben ich muss mal wieder was essen dann regeneriere ich auch wieder ok und ich glaube ich muss mir auch demnächst mal wieder werkzeug bauen weil das hier schon wieder ziemlich alle ist so da ist noch ein bisschen erde ok das soll jetzt erstmal genügen ach der aber auch na dann mache ich das so wie auch weg dass ich hier ordentlich durchlaufen kann so ok ach ich freue mich schon wenn das dach fertig ist komm hoch da jetzt muss ich erstmal innen noch ein bisschen was machen von den bruchsteinen äh moment das war verkehrt sollten wir jetzt erstmal genug haben so dann kann ich hier hoch ok ähm da so der kranz kommt natürlich hinterher wieder weg das bleibt nicht da ähm ok das reicht mehr brauche ich da nicht so dann sollte das hier fertig sein und hier kommt noch einer hin genau und jetzt brauche ich achso moment ich brauche noch mehr stufen aber ich habe ja noch welche aber ich habe ja noch welche aber ich habe ja noch welche da 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 ich da da